Nächster Versuch. Ich hab mir überlegt, ob wir es mal mit den Ads oder so zuerst probieren. Nicer Sprung. Das ist das Gebäude. Nein! Oh, come on. Ach, jetzt ist noch ein anderer. Oh, fuck. Muss ich erstmal wieder gucken. Das ist aber das Gebäude, ne? Ja. Oh, ich bin zu weit weg. Ich bin mal ganz still, während des Kampfes nicht wundern. Und ich versage schon. Diese Bubbles. Etz, etz, etz. Oh Gott, ich hab nur ein HP. What? Oh Gott. Chilt ist kaputt. Oh, komm, da hab ich verloren. Und tschüss. Fuck. Man kann sich nicht nur auf die Ads konzentrieren. Also, ich jedenfalls nicht. So, wie haben wir den Sprung eben gemacht? Ich glaube, einfach nur so abspringen, ne? So. Wir sind weit weg. Ich bin mal wieder still. Dann. Ich bin mal wieder. Das ist hart. Das ist heavy. Deal? Okay, jetzt habe ich ein Problem. Oh, shit. Oh, ich glaube, wir haben uns nicht schlecht geschlagen, ey. Ah. Kann sein, dass jetzt 20 Minuten nur Bosskampf kommt, ne? Möglich. Möglich. Außer es wird natürlich wieder zu lange dauern, dann ist Olga raus. Also werdet ihr das hier vielleicht gar nicht hören. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja schon... Ach ja, und wieder... Oh, ne. Okay. Ja, viel. Wir ran, 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 warte mal hier. Nicht nah, nur die Tag. Gott, das... Auch schon... Oh, ist das schrecklich. Warum hat er so eine hohe Sprunghöhe? Warum sind diese Bubbles da? Warum... Hiel dich doch. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich kann hier auch nirgendwo mal die Dinger wechseln, ne? Die, 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 die Dinger, die wir... Ja, wie heißen die denn? Ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, das ist gar nicht so... Obwohl, ich könnte... Oh, eigentlich wäre ganz nice... Iftsporn gewesen, ne? Das wäre was Gutes gewesen. Die würden hier super Sinn machen. Ah, ich würde nie... Oh, shit. Ich brauch nicht mehr Heal. Und das war ein Fehler von mir. Oh Gott, war das dumm. Ich stelle gerade ein bisschen, dass er immer die gleiche Sprungdistanz hat. Das hat ungefähr weiß, wo ich lande. Oder auch die Sprunghöhe passt auch immer perfekt für ihn. Oh Gott, Schild kaputt. Hallo. Ist hardcore nervig. Er springt dahin, wo ich hin... Gut, ich muss aber, wenn er springt, stehen bleiben. Wobei, dann... Es gibt jetzt... Er hätte zwei Sprünge. Oh, lullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullullull oh naja ich bin nicht wirklich viel mehr da ich wollte einen super schlag machen stattdessen habe ich voll versagt ja den sprung hat er ja auch noch diese bubbles oh Diese Bubbles machen mich fertig. Äh, nochmal. Ich wollte mir ausweichen. Hat nicht geklappt. Ich mach dazu auf die Atacke, definitiv. Eigentlich schaffe ich zwei sogar. Okay, hat mir aber nicht wirklich viel war. Der Schild ist durch. Man sieht die manchmal gar nicht wegen der Explosion. Hier. Okay. Okay. Ich sollte öfter, glaube ich, Zaubersprüche einsetzen. Falls ich das sowieso nicht loswerde. Meine Souls. Vom Healen meine ich jetzt. Deswegen kann ich die doch eigentlich auch öfter einsetzen. Finde ich sinnvoll. Oh, das ist schön. Okay, das ist... Die Bubbles. Wenn ich nah an ihm dran bin, kommen sie ja nicht zu mir, so gesagt. Aber... Kann ich noch ein Schild? Nein. Nein. Kann ich schon sagen. Wäre es auch noch gewesen. Nein. Nein. Ich hätte die Chance... Ach, verdammt. Hä, wir waren nicht schlecht. Wir waren nicht schlecht, muss ich sagen. Oh Gott, das könnte schieb gehen. Oh ne, geht sogar. Der Doppeljump hat uns gerettet. Wenn ich ihn jetzt richtig reinhau. Je aggressiver ich spiele, umso besser. Okay, also ne Zeit lang. Bis die Ads zu viel werden. Ja, werden, glaube ich, besser. Auch wenn es nur, ähm, ja. Unsere Lernkurve ist fast ein geradliniges Plateau. Aber nur fast. Uh-huh. Das ist ein geradliniges Plateau. Hh-hr-hr-hr-hr-hr-hr-hr-hr-hr-hr. So wird er nix noch zu los, so wird er nix. Neh. Ich glaube, es war zu wenig gesprungen. Ja. Also zu früh losgesprungen, meine ich. Ah ja, und jetzt wieder die scheiß Dinger. Das ist ein Mist. Ah, da ist es doch mal schön. Das war zu nah. Jetzt wurde er durch den Konter, äh, durch mein Konter ausgekontert. Aus seinem, oder wurde er rausgeholt, aus seinem endlosen Schlaf da. Ja, das war dumm von dir. Mich hart heilen lassen. Und das war's mir. Ich hab' ja die Hoffnung, dass es wie bei den meisten Malen war, dass ich gleich die Aufwand beende, die nächste starte und es klappt. Oh Gott, es war wieder zu früh. Das Ding musste ich ausgleichen. Wo? Syphorische Musik. Das Ding wurde ich auch wieder. Ich hab' ja die Segel gemacht. Ich hab' ja die�machte zusammen. Hier sieht man wie bei den meisten Schlaf. Ich hab' ja die Schwung. Ich hab' ja die Musik. Ich hab' ja die Dinger zu machen. Oh Gott, ich hab' ja die Musik. ich war ich immer in die falschen richtungen auswählen der trifft viel zu gut muss ich sagen viel zu gut ermüdend ermüdend sage ich so versuch nummer 237 gefühlt das sollte aber passen die Diese Ärzte machen mich fertig. Ah shit. Stellenweise ganz gut, größtenteils Müll. Da gerade verzapft habe. Sollte passen. Passt. Oh fuck, das ist aufwalt. Oh fuck, das ist aufwalt. Oh fuck, das ist aufwalt. Die macht er viel zu oft. Oh fuck, das ist aufwalt. Oh fuck, das ist aufwalt. Oh fuck, das geht immer noch um ein zwölftes Mal. Es sind sogar mehr glaube ich inzwischen. Ich weiß nicht, wie lange so ein Kampf durchschnittlich geht. Oh, ein bisschen knapp, glaube ich. Ja, aber geht. Ich weiß nicht, wie lange so ein Kampf durchschnittlich geht. Oh, Ed. Der Dash am Ende. Ich habe einen Dash gemacht gegen ihn. Shit. Jetzt nerven mich. Habe ich das schon mal gesagt? Okay, ein Kampf geht durchschnittlich vielleicht anderthalb Minuten, wenn es gut läuft. Knapp. Voll passt. So, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Oh, komm. Ich springe immer in die Richtung, wo er entdummt. Wieder immer noch einlegen. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Ich hab den doch getroffen. Wie kann es denn angehen? So, das war gut. Vielen Dank.